Arbeiter haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Hammer und Sichel von einer riesigen Statue abmontiert. Das Bauwerk hatte jahrelang an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg erinnert. Die ukrainische Regierung hatte entschieden, Sowjet-Symbole und russische Kultur aus dem öffentlichen Raum der Ukraine zu verbannen. Das Schild wurde durch ein neues mit dem Wappen der Ukraine, einem Dreizack, ersetzt. Außerdem wird die Statue von Mutter Heimat in Mutter Ukraine umbenannt.